Ein Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen Fünftürigen-Binnplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Dachreling, Einparkhilfe, Bluetooth, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 5,6 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.